so langsam kommt die sonne raus und es sieht schon ein bisschen besser aus von daher denke ich mal können wir jetzt mal langsam hier gucken wo sich der micah befindet ich habe ihn aber ich habe sein zelt glaube ich schon gesehen da hat er sich aber auch eine stelle ausgesucht da legt man sich ja nur aufs maul und da sitzt da der junge see you why you won't rescue and again dear no I got a plan to make it up to you okay like you going off scouting and ending up in jail Dutch said you was a big shadow cast by a tiny tree I don't even know what that means I thought you was a tough boy not one of those gentlemen trying to protect his riding clothes in Galilee auch dir einen wunderschönen guten Abend ne Bankkutsche okay und steigen wir aufs Pferdchen vielen lieben Dank vielen lieben Dank Knupferda für die 250 Bits Dankeschön kann ich verstehen Paddy ich liebe es nämlich jetzt die Bank's been hiring every trigger man they can get of late the meaner the better you worry too much forgive me if I ain't wholly faithful in something an old Driscoll told you when you was half drunk in a jail cell he kept yapping about it saying how they've been hitting it on the regular that's a good lead in my book damn old Driscoll's are everywhere now faster's got a hold of most a big valley heard they took over some big ranch north of here how the hell you and Lenny end up down here anyway are you know how it is few loose ends drink here drink there what loose ends nothing that needs to concern you when you put us in danger and we don't realize till it's too late like that move you pulled a strawberry making me chill half the town just for your precious guns precious they are you need to roll a little looser Morgan loose I seen you come full undone more than once now and you only been running with us a few months are we going to rob this coach or picker about it what's done is done guess we're robbing it then let's do it let's do it also er will auf jeden fall diese Bankkutsche ausrauben oh da schauen wir uns die mal an vielleicht noch mal spielen das setting alleine schon der absolut mega party alter Finne also eins ist definitiv sicher ne ein Red Dead Redemption 3 wird sich zu Release gekauft und ich jetzt vier Jahre später geile Premiere geht's fein und ich hoffe du hast dein Affiliate geschafft als wir dich da überfallen haben beziehungsweise der Noob war da ne ich war ja mit dabei und du so viele Leute dann im Stream hattest ne dass du dann deinen Durchschnitt hattest ich hoffe das hat geklappt ich habe noch nichts okay ich habe noch nichts okay ich habe noch nichts okay Okay, zieh was übers Gesicht, haben wir es gemacht. Hat er automatisch gemacht, okay. Greife die Wachen an und halte die Postkutsche an. Okay, dann nehmen wir das Repetier-Rabiner. Komm mal näher ran, ne? Oh, der war gut. Und hinterher. Den Typen haben wir auch manchmal gar ausgemacht. So, jetzt aber schnell hinterher. Den Kutscher müssen wir noch, ne? Der Kutscher muss noch. Was? Er fährt auch noch. No need to keep your face covered now. It's just you and me, sweetheart. Okay, 44 Cent. Und eine silberne Taschenuhr. Wie komme ich denn jetzt hier hoch? Hier, ne? No, und unser Fancy in the moment, ne? Ein Lenkester-Repetier-Gewehr? Ist das besser als das normale Repetier-Gewehr? Ja, wahrscheinlich. Wie licking butter off a knife. Something like that. You don't wanna just break it open here, be done with it? Could be more than we can carry. And there might be a second crew of riders tailored. All right, then. Not to mention, we ride back in with a big take and a new wagon to boot. Dodge, you can't say we ain't pullin' our weight no more, can he? I ain't sure I trust this new act of yours one bit. Listen. I know we got off on the wrong foot. But I got no beef with you. I reckon we're a lot alike, you and me. Oh, my God. Scheiße. Oh, man. I don't think so. Just keep your head down. That's finished. They're done, man. Friskals! See that? You're dead. It took you so long. There's more of them. Oh, oh. Let's go back. Let's go back. Oh, there come more. Oh, there come more. Oh, no. I'm going to get out of here. Oh, no. Look out, Morgan. Morgan is coming down the track. Ach du Scheiße. Wie kommen denn da vorne? Oh, nein. Verdammt. Ich seh nix mehr. Ich glaube, das ist nur noch der eine. Und den haben wir auch noch mal in die Knoten geschossen. Ist da noch wer? Zwei sind da noch. Ey, der Hut ist ja cool. Alter, Schwede. Warte mal, ich muss mal meine Maske... Ja, machen wir gleich. Wir sammeln erstmal hier alles ein. So viele Leichen, wie hier sind. Das ist alles Kohle, ne? Die wir dann auch beim Hehler dann verkaufen können. Und ich muss auf jeden Fall mein Deadeye wieder auffüllen. Mit einer schönen Zigarre. Noch ein paar Premium Zigaretten, ne? Ja, mach keinen Stress. Wir plündern erstmal hier alles. Und jeden. Die gute Zigarre, ne? Die ist die beste. Sollte ich mal nicht einen Cent machen? Äh, 1 Dollar 87. Nice. Ja, hier sind noch ein paar Xe auf der Minimap. Oh. Du sollst nicht treten. Du sollst dir plündern. Da war einer. Die gute Zigarre beim Wilden Westen immer dabei, da hast du recht. So, hier müssen ja noch eine Menge liegen, ne? Drei Stück liegen hier. Silberringe. Durchskippen hier, ne? Da, den können wir noch plündern. Das ist mit Maus und Tastatur echt ein bisschen... Ach, hier haben die gesprengt, die Schweine, ne? Da haben die... Hier ist die Zündung. Da haben wir uns einfach in die Luft gesprengt. So, Maika wartet jetzt aber. Da ist schon ungeduldig. Okay. Wo ist denn das Schloss? Wo ist denn hier ein Schloss? Hä? Wo hat er denn drauf geschossen? Ich hab da kein Schloss gesehen. Oh, nice. Das sieht doch gut aus. Was ist das hier? Das ist gut. Nur, dass die Gang sich in die Pflege... Ja, ja. Wie ich gesagt habe, ein großer Schäufer. Ein kleiner Baum. Und wie ich gesagt habe... War ihm eine Freude. 1.200. Wir kriegen 300 Dollar. 600 gehen an die Bande und 600 zwischen uns beiden. Jeder 300. Ländliches Idyll. Auf einen Hinweis hin, rauben Maika und Arthur eine Bankkutsche aus. Erledige alle berittenen Wachen, die den Wagen beschützen, mit einem Kopfschuss. Töte 10 Gegner mit dem Dead Eye. Schließt ihr die Mission innerhalb von 6 Minuten ab. Schließt ihr die Mission ab, ohne Gesundheitsgegenstände zu benutzen. Okay. Ja, und oh Wunder, es sind genau 300 Dollar. Mit den 300 Dollar könnten wir eigentlich unser Kopfgeld hier bezahlen. Jetzt die Frage, müssen wir das überhaupt? Hier liegt doch noch irgendwo einander, ne? Ah, hier vorne. Den nehmen wir auch nochmal aus hier. Ist eine Frau oder was? Sieht fast so aus, ne? Gesucht. Oh shit. Jetzt aber weg hier. Oh, jetzt aber richtig schnell weg hier. Oh fuck, da kommen die, da kommen die Berittenen. Da links auf der Mini-Map sieht der Seine, sind an uns vorbeigeritten. Und wir reiten jetzt wieder an dem vorbei. Alles klar, so. Ich werde nochmal ganz kurz gucken hier. Pferde-Ausdauer-Stimulanz. Ja, you're all right there, boy. Ja. So, jetzt mal kurz durchschnaufen. Da hinten kommt ein Reitersmann. Jetzt gucken wir mal, wo wir überhaupt sind. Wir sind... Wo sind wir denn? Ach hier. Jetzt sehe ich es ernst. Alles klar, wir sind hier rübergeritten von Painted Eki oder so oder Oki. Und sind jetzt genau hier und können jetzt quasi nach Valentine. Und war hier nicht auch diese eine Mission mit dem... mit dem Typen, ne? Das ist der Zeitungsverkäufer. Im Saloon. Wo wir die Fotos machen sollten. War der nicht auch hier? Hm. Ich weiß es nicht, aber wir reiten auf jeden Fall nach Valentine. Ja. Morgen, Mister. Dollar... Ein Funfact vom Noobfaser-Dollar. Stammt vom Wort Thaler ab. Okay. Nice to know auf jeden Fall. Da vorne qualmt. Das ist ganz schön, ne? Das heißt, da sind auch noch mal so kleine Missionen für uns. Ah, ich weiß, wo wir sind. Das ist diese eine Brücke, wo wir überfallen wurden, ne? Hey there, Mister. What the... Das war ja hier diese eine, ähm... Die eine Schießerei, die wir hier hatten, ne? Mit dem Häusle-Bauer. Aber hier qualmt es ja auch schon wieder. Da ist doch was im Busch. Aber wo... Was hat der denn für ein Problem gehabt? ... Wellentine. 9.51 grad. Wir werden als erstes mal... ...schön... ...ein Bad nehmen. weil wir erstens aussehen wie so und zweitens war das doch ganz schön ganz schön anschraube hier brauchen sie das haus echt auf letztes mal war es echt noch so eine ruine und von tag zu tag wird das echt hier mehr alles klar dann werden wir hier mal ganz kurz ihr alle stehen sie herum und gucken so wie ich würde gerne ein bad alles klar vielen lieben dank hier wird schon gegrunzt und gestöhnt aber wir brauchen auf jeden fall erstmal bad wir haben 523 dollar jetzt weiß ich nicht ob wir erst mal die quests weitermachen und das mit dem kopf geld dann auf jeden fall noch nicht machen weiß und für den kohle brauchen ach klar warum nicht für 50 cent ich verabschiede mich wünsche allen noch einen entspannten abend vielen lieben dank dass du mit am start warst und wir sehen uns mein lieber rechten arm waschen rechtes bein noch waschen alles klar dann können wir das das bad verlassen und dann sind wir wieder gut geputzt und gewaschen protokoll anfrage f1 gedrückt lager anfrage lenny hat um eine taschenuhr gebeten haben wir glaube ich ne ok ich glaube wir sind sowieso wieder ins lager zurück alles klar machen das willst du gar nicht so dann gucken wir mal hier mal grüßen gammeln die alle ab aber wo ist dann jetzt die eine quest das frage ich mich jetzt nein steckt die waffe weg die eine quest mit dem story herausforderung das herausforderung ist war eine story das sind ja die ganzen quests gewesen ich hatte doch jetzt alle fotos gemacht nicht zigaretten bilder ihr von flecko hernlandes und so weiter wo muss ich die denn abgeben das ist echt eine gute frage keine ahnung wir werden jetzt mal unser fährt ein bisschen streicheln und stregeln wir müssen das noch dann erforschen wir gucken mal hier vorne ist john marston schaf und ziege john hat dir gesagt dass er versucht hat in valentine eine verdienstmöglichkeit zu finden ansonsten sehe ich hier auch nichts was jetzt von diesen einen questgeber da übrig geblieben ist sie ihn einfach nicht von daher werden wir zu john als nächstes und mal gucken wie wir an neue kohle kommen wir haben schon gut geld was ist was ist denn da los moment was mit dem was mit dem weißen punkt hier vorne was mit dem los ist der voll gekotzt ist der voll gekotzt was mit dem wir hatten auch die option in in die irre zu führen das wäre ja auch das war eine geile aktion alter einfach in die irre führen den typen wer weiß was dann passiert werde ich ich glaube man muss das echt nochmal spielen und dann mit ganz andere intentionen haben so micah ist hier irgendwo und daher werden wir hier nach nach ihm suchen nämlich micah nach john marston und gucken mal was der hier für eine verdienstmöglichkeit für uns noch ja parat hat